Ohlala, ja vielleicht, wer weiß. Jetzt fährt er zurück, er fährt zu einer Seite! Was macht der denn? Was macht der? Was ist denn mit dem? Zack, wuff, das gab nochmal einen Vierer. Also ganz ehrlich, wenn iRacing noch mehr Gründe braucht, um jemanden rauszuschmeißen, hast du ihn hier gefunden. Hammer, oder? Irmutev, vielen lieben Dank für den Sub mit Pram. Ey, der macht das doch mit voller Absicht, also du kannst mir sagen, was du willst. Ja, aber wir brauchen doch hier nur, guck mal, zack, den ist in der Mauer. Er bleibt hier einfach stehen. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, das musst du doch an iRacing schicken, hey. Ja, ja. Also, kann das irgendjemand klippen und twittern oder so? Jetzt mal ganz ehrlich. How to get banned from iRacing, any percent. Lustig und traust du gleich, ja, Sethschluss, auf jeden Fall. Also, nicht falsch verstehen, aber das ist gerade zum... Also, que babaca. Que babaca. Que babaca. Al caso, del sector, tauch. Dez semanas hieran. Este no so nenhuma, pode ich comandar. Esto es... Elemental. Como yo sobrepaso aquí En paralelo, uno Lo ves, lo ves, lo ves, lo estás viendo Todavía sí, ahí Libre Oh my god, what the fuck What the fuck happened to my car on that landing Oh my god We aren't trying to move too much to the left Good start, very good start Oh dear Oh dear Oh dear Was ist das? Ich bin hier. Warum hast du nicht... ... dass du dann den ganzen Windschatten eigentlich holen kannst. Oh ja, genau. Ich hab's... Mein Gott. Okay. Wah! Sag mal! Ich bin hier. On your left. They're on the left. Scheiße. Reicht mir nicht aus, oder? Ich unbedingt den Platz verteidigen wollte. Reicht mir nicht mal für das Vortest aus. Scheiße. Ach, scheiße, scheiße. What the... ... 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